Es hilft nur eine klare Sicht auf die Dinge, keine Augenwischerei. Europa ist viel mehr als nur ein Kontinent. Europa bedeutet Frieden. Europa bedeutet kulturelle Vielfalt. Europa bedeutet grenzenlose Gemeinschaft. Wir brauchen deshalb mutige europäische Antworten auf die Herausforderungen, vor denen Europa steht, und keine Wischiwaschi-Politik. Ich möchte ein Europa, in dem die Wirtschaft den Menschen dient und nicht umgekehrt. Ein Europa, das Bürger- und Verbraucherrechte stärkt. Ein Europa, das Nachhaltigkeit zum Leitbild im ländlichen Raum wie auch in den Städten macht. Und ein Europa, das seiner globalen Verantwortung gerecht wird. Am 25. Mai entscheiden Sie über die Zukunft Europas. Schauen Sie bei dieser Wahl also genau hin.